hallo ist martin von money monkey ist das die dachsanalyse für den donnerstag den 28 oktober 2021 und ja außen vom koffer ist unser kleines mädchen bisschen runtergefallen und der papa probiert sie jetzt zu retten hat sich hier fallschirm bereit gemacht aus dem flugzeug raus zu springen wir haben eine kleine rote tageskatze gekriegt ist jetzt erstmal nicht ganz kritisch ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt ist jetzt nicht schlimm aber wir sehen ganz klar über den trigger ist nicht gekommen hat sich jetzt an 87 doch ein bisschen deutlicher abgestoßen drückt sich jetzt hier auch sichtbar nach unten ohne ohne dass er oben durchgekommen ist und wir müssen auch sagen wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen gestern wie verhält sich der dax so in der regel zu einem mittwoch und der hatte keiner der also doch man kann nicht sagen hat keine der bullischen varianten angespielt weil er hat eine direkt 9 uhr eigentlich versucht anzuspielen wir hatten gesagt wenn er gleich 9 uhr 8 30 einen schlag und hinkriegt auf die 700 690 oder auch auf die 640 670 was hat man noch 610 dann wäre das durchaus denkbar dass er sich dann oben raus reaktivieren kann das hat man gesehen er hat das probiert als er hat ist dem nachgegangen was er ganz oft am mittwoch macht diesen frühen start hat das tief gesetzt schön auf die 700 hat nach oben angezogen und dann ist aus dem zeitfenster herausgefallen also er ist dann einfach nicht nach oben rausgekommen hat einfach keine anschlusskäufe gefunden und so ging das den ganzen tag gefühlt also das ihnen doch letztendlich wieder nach unten weggezogen hat und so wie jetzt steht muss man ganz klar sagen macht es sich natürlich unterhalb von 15 670 sobald er die jetzt am donnerstag unterbietet auch durchaus raum bis zur 15 610 auf dort wird allerdings erstmal aufpassen dann kann mir gut vorstellen dass er in dem bereich um 6 10 5 60 ja ich würde auch wirklich das als zone betrachten zwischen 6 10 und 5 60 er sich noch mal aufdrehen kann kommen dort grünen stundenkersten rein sind das per se sogar long chancen ja und zwar lang chancen richtung wochenschluss richtung wochenschluss richtung hoch ins astronomische 87 800 949 na also in dem sinne sollte der hier unten schön aufdrehen mindestziel wäre dann eben hier erstmal die 6 70 von unten noch mal anzutischen dass das könnte sogar ganz gut klappen also würde ich auf jeden fall aufpassen wenn da unten schönen schöne dicke umkehr kerzen kommen schöne grüne stundenkerzen da würde ich aufpassen 6 10 bis 65 sehr interessant ist für mich der interessanteste bereich am donnerstag neben der 6 70 die so ein bisschen als trigger funktioniert dann bricht sie nach unten macht sie uns den weg unten frei wird sie nach oben verteidigt dürfte unser dax noch mal in die 7 50 reingehen also 7 50 bis ich sag mal 7 was ist das hier so knapp davor 7 30 7 30 bis 7 50 und gegebenenfalls auch vielleicht einfach dazwischen hin und her pendeln 6 10 6 70 7 30 7 50 das sind so die drei bereiche die ich zum donnerstag sehe ich könnte mir gut vorstellen dass der dax da zwischen hin und her springt das macht relativ oft am donnerstag dass ich einfach drei in der nähe wichtige marken bereiche such dir dann einfach abpendelt abarbeitet mal oben probiert mal unten probiert demzufolge wäre natürlich auch ein eindrehen oben im bereich um 37 57 mit einer schönen kräftigen roten stundenkerze auch eine short chance eine short chance richtung noch mal 6 70 und richtung 5 60 und von daher könnte man das sogar dann abschließen und sagen geht das sollte er aber über 87 hin drüber weggehen muss man darüber reden würde es sich politisches übertreibungspotenzial eröffnen auch wenn er das gleich früh macht wenn direkt aufwärtsgeber einkommen der ball hat nach oben los über 87 politisches übertreibungspotenzial bis gut und gerne 49 es ist auch so wirklich ja als das nicht übertrieben dargestellt das ist wirklich so 8 40 949 so geht das dann hier oben und unter 65 natürlich wäre es also negativ betrachtet bis runter in die 4 10 dann sogar 4 10 3 60 hier in die zone dann wenn die 5 60 bricht nennen dann gebärisches übertreibungspotenzial durch dann wäre auch diese trend wenn man den jetzt hier so zieht der wäre dann tot wahrscheinlich ist er da ohnehin schon am knacken dran und wir hatten ja auch die letzten tage schon mal darüber gesprochen dass an sich das fertig aussieht das als eine welle das ist einer das als eine und mit damit eigentlich eine schöne abgeschlossene vollständige bewegung drin hätten der jetzt auch eine ausgiebigere korrektur kommen könnte und deswegen hat man auch gestern gesagt und der mittwoch neben nicht früh dieses schnelle tief macht und dann schön oben raus steigt bis zum tages ende dass da durchaus noch ein bisschen was hinten dran kommen kann und das ist jetzt so eingetreten also wird es schon am donnerstag eher ein bisschen unten hingucken naja aber die drei bereiche einfach ernst nehmen das sind die wichtigen drei bereiche hier dass die 37 57 nochmal die 670 und hier unten 6 10 bis 5 60 punkt aus ende das ist alles drunter bärische übertreibung oben drüber bullige rechnet aber damit das erstmal zwischen diesen drei bereichen einfach hin und her pendeln kann ok damit ist es das eigentlich wir brauchen wir gar nicht besprechen das ist alles hoffe euch hilft es ihr könnt euch ein paar punkte raus schnipsen schnitzen oder schlitzen und dann hören wir uns einfach morgen wieder bis dahin viel erfolg tschö